Ah, drei Rochenhelden haben wir. Wo bist du denn? Ach, da unten. Nein. Boah. Oh, jetzt ist so viel. Scheiße. Thomas hat was gekillt. Oh, ich ersticke gleich. Der eine High greift gar nicht an, oder? Der greift den Rochen an. Der eine von uns ist fast tot. Ja, ich kann ja auch nichts machen. Ne, ne. Die Rochen sind halt noch schuld, ne? Oh, beide Rochen erwischt, oder was? Ja, unsere Bluten, wir müssen, ich muss hier weg. Du musst ans Wasser, ans Ufermeer, ja sag ich doch. Du bist so weit raus und da kommen immer wieder Fische. Geh schön hier ans Ufer erstmal ran. Kommt. Oh, der tut gut. Kommt die hinterher, siehst du das? Du hast beide hinter dir, ja. Du hast beide hinter dir, ja. Nein, ich meine die anderen Haie, oder... Hä? Ich dachte, das ist weg. Die Rochen kommen. Oh ja, die Rochen kommen, ja ja. Die Rochen kommen. Du musst ja weiterschwimmen. Ja, aber am Ufer lang. Noch ein Rochen vor dir, ja. Weiter, weiter, weiter. Die sind nicht so schnell wie du, kannst wieder ein bisschen langsamer. Na, wenn du so weiterschwimmst, kriegen sie dich auch nicht. Hey, der blutet schon ganz stark. Ja, ja. Scheint gerade. Du musst erstmal weiter, hinter dir ist noch ein Rochen her. Obwohl, der Rochen, den sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Da bist du da in Form, ja. Nicht ausweichen, nicht ins große Meer. Ah, du musst jetzt geradeaus rüber. Wie rüber? Einfach nur geradeaus. So wie du jetzt schwimmst. Okay. Oh, jetzt sind Quallen vor mir. Da muss ich aber ausweichen. Ja. Na gut, die sind auch nicht so schnell, glaube ich. Ja. Ja. Wenn ich natürlich direkt vor dir sind, dann ja. Und wenn es geht, halte ich jetzt wieder ein bisschen mehr nach links, äh rechts. Ja, ich sehe so nicht mehr. Oh, Alter. Dich zu sehen ist auch schwer. Kommst du wieder hoch? Ja. Ja. Weil ich sehe dich nicht, wenn du unter Wasser bis hier oben regnest. Ah, da bist du ganz okay. Ja. Ja. Also eine blöde Sicht. Du kannst so, wenn du willst, geradeaus schwimmen. Das geht auch. Ich werde auch nichts mehr sehen. Wenn ich jetzt das verfolgt, sehe ich das auch nicht. Das ist wieder neblig und... Ja, ich sehe auch gar nichts. Du kannst aber so weitermachen. Da vorne kommt eine Insel vor dir. Nein. Das weiß ich nicht. Oh, da wird angegriffen. Da wird gekämpft. Da ist total. Okay. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich. Ich sehe gerade, ja. Nee. Hä? Du bist auf Falco. Hä? Du bist ja auf Falco. Achso. Du hast Uta verloren. Toll. Das ist auch deine gewesen. Sehe ich gerade. Na egal jetzt. Hä? Wie ist das denn geschafft? Du bist doch auf Uta gewesen oder nicht vorhin. Ach, und Uta hat sich auf Follow. Oh. Oh. Oh, du musst... Oh. Warum hast du dich alle auf Folgen gestellt? In jeden Fall. Ei. Na, aber da gehe ich jetzt sicher mal zurück wegen den allen. Uta die Arme, ey. Okay. Wir sind eigentlich auch fast da. Was ist das Dunkle? Ich will hier nochmal Punkte verteilen. Warte mal. Ich glaube... Ach, du musst gleich nach rechts auf jeden Fall. Das ist unsere Heimat. Kleine Insel da, wo wir die mal abstellen. Nach rechts. Hart nach rechts. Das ist links. Ja? Rechts, 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 rechts. Ja. Jo, genau. Und jetzt gerade auch zu. Ne, hier komme ich nicht durch. Nein, du setzt den Felsen hier vorne. Ich flieg da mal hin. Ich weiß nicht, ob du dich dann siehst. Dann sind wir schon da. Hier vorne ist das Ziel. Hier. Siehst du mich? Ja. Ja. Das ist das Ziel. Wie haben wir die Map gestellt? Da oben sind wir zu Hause. Du hast nicht auf Folgen gestimmt. Ne? Oh. Was machen wir hier? Neutral. Neutral würde ich machen, ja. Oder dein Ziel angreifen, wenn du sagst, sie machen das auch. Wenn du sagst, das machen die auch, dann? Ja, aber schwimmen da jetzt. Ja, aber schwimmen da jetzt. Ja, das machen die auch immer. Wenn ich dein Ziel auch angreifen, also wenn die dann auch sich selbst verteidigen, dann mach das auch dein Ziel. Hauptsache, sie folgen nicht mehr. Ja, ich hab dein Ziel, ja. Ach, hier ist schon aus, okay. Hast du alle ausgemacht, wa? Ja, jetzt. Beim Einten war sowieso schon aus. Ach, ne, das steht ja bei mir dann immer. Ne, ich kann das ja gleich für dich umstellen, ne? Glaube ich. Das müssten sie nicht mehr abfolgen. Wenn wir gleich sehen. Obwohl Thomas hat sich bewegt. Oder hat sich wegen mir bewegt. Ja, was es an mir folgt? Das ist Thomas? Nö, echt nicht. Ne, warum das? Ah, die haben mich ja voll eingequetscht. Hilfe. Ne, sie dürfen nicht mehr folgen, hast recht. Also wahrscheinlich nur ein bisschen bewegt. Ah. Ei, 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 ei. Ah, den werden wir nicht mal finden, ne? Werden wir mal zurück machen. Boah, in der Zeit zurück machen jetzt noch. Problem ist, sie ist ja mitten im Wasser. Ich könnte es ungefähr einschätzen, wo sie ist, ja. Könnte ich, aber... Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon überlebt hat. Überlebt hat bis dahin. Wer weiß, wie das überhaupt noch aussieht, ne? Ja. Also, ob sie noch Leben hat oder... Vielleicht findet man sie irgendwann mal durch Zufall. Oder ist sie Level 185 oder so? Ja. Ich wollte nur weg von diesen Alpha. Ja, aber da hattest du ja noch nicht, da hattest du ja noch nicht gelevelt gehabt. Du bist irgendwann runter wegen Leveln. Das ist wahrscheinlich das Problem, dass ich gucke, weil wir nur aufsteigst. Rauf gehst. Ich mach grad längs rechts, weil ich überlege wegen Sonnen. Und ich hab was grad gesagt und deswegen... So. Ah, Trautes Heim. Lüpp, allein. So, ich pack mal die paar Perlen nicht gefunden habe hier oben rein. Ja. Was brauchen wir denn überhaupt für den Anzug und alles? Müssen wir auch erst noch wieder lernen, oder? Ne, die kann ich noch. Polymer. Siliziumperlen. Hä? Eine Taucherbrille? Haben wir nie gemacht? War das das Atemgerät? Ne. Hä? Ach, ich hab das Atemgerät gar nicht gelernt, wa? Erlaubt dem Spiel unter Wasser zu atmen? Doch! Was? Das erlaubt es dem Spiel unter Wasser zu atmen, bis die angeschlossene Sauerstoffe... 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 Sauerstoffe leer ist. Hä? Braucht man beides? Ne. Ne, das ist ja... Weil das hier so ein... Das ist so... Sieht aber wie eine Maske aus. Sauerstoffmaske. Also Tauchermaske. Sollen wir mal hier in den... Skilldings gucken. Das wundert mich gerade. Heißt das jetzt einfach nur Taucher? Taucherhose... Tatsächlich, das ist die Tauchermaske ja. Ach ne, Atemgerät. Das brauch ich mal. Ja, stimmt. Warum hab ich denn das andere gelernt? Ich hatte es auch noch nicht, das Atemgerät. Ja. Aber ey... Okay. Verstehe ich nicht das mit dem Atmen. Verstehe ich nicht. Aber ist auch egal. Polymer 3, okay. Leder. Dann könnten wir uns Atemgerät machen. Wir haben... Warte. Leder kann ich auch... Ja, will ich ja grad holen. Aber dann bräuchten wir ja auch schon... Am besten das Zeug für... Boah, was hatten wir? Die Hose noch, gell? Ja, Hose hatten wir auf jeden Fall noch. Leder und Polymer. Gut, unbedingt brauchen wir es nicht. Aber das ist halt eben... Da werden die Schwimmflossen wahrscheinlich sogar interessanter. Ja, die Hose schützt auch vor Kälte. Ja, ich weiß. Polymer haben wir 23 Stück aktuell. Ja, wir brauchen noch was davon. Äh... Obsidian und Zement. Gibt Polymer. Gibt Polymer. Wir brauchen nun auch... Hä? Dafür haben wir genug. Aber die Hose ist... Ach, die Hose hat so viel Polymer. Was so teuer ist. Du sollst wahrscheinlich erstmal... Mit zweimal die Dings herstellen. Das Atemgerät. Oder vielleicht sogar viermal wieder. Dass sie da zwei hat. Ja, dann kannst du ja mal anschmeißen oder sich mal Benzin dir holen. Oder brauchen wir nur Ö. Haben wir ja unten. Müsst mal Autonomenbenzin. In der Werkbank oder wo? Äh... Ne. Ich hab in so'n Motor... So'n... Ähm... Das ist schon. Schrank. 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 Ja. Hier. Übertragen. Ich hab's mal hier oben romantisch gemacht. Wow. Siehst du? Hm. Ich hab das gesehen mit dem Feuer. Mhm. Ja. Was braucht man für Polymer nochmal alles was? Obsidian. Ist da drin? Nee. Oh. Schon im Eigentum. Obsidian fehlt uns, ne? Glaube ich. Äh... Schenk mir fest. Danke. Aber... Obsidian, wie gesagt. Mach's zweimal. Das ist auch. Ja. Wir haben hier unten 35 Obsidian. Da bring' mal mit. Wurde wir brauchen ja viermal. Hapsch drin. Weiß nicht, ob wir noch woanders aus haben. In den anderen. Wir haben es doch nie so oft gefunden, ne? Wir sind doch nicht extra in die Berge geflogen, deswegen. Helz, Rohstoff. Also Zement haben wir viel. Im restlichen hört's dann auch schon auf. Das haben wir auch nicht mehr. Kann gar nicht sein. Gehirn. Wie viel Griesen dabei raus? Wahrscheinlich nicht genug oder? 17 hatte ich. Braucht man zwei immer? Obsidian oder was? Ähm... Boah, krass. Ja. Ist auch ne Sauverein, ey. Ne, wir kriegen noch keine Hose. Wir haben jetzt kein Obsidian mehr, oder? Ne, wir haben so Obsidian noch nie so viel gehabt. Ne, dann müssen wir mal suchen danach. Oh, ja, 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 ja. Nun brauchen wir wieder mindestens. Wenn wir das Handwerk haben, dann ist schon mal gut. So, was meinst du? Ja, das geht schon mal nicht verkehrt. Ja, definitiv. Wir müssen halt nur gucken. Wir müssen uns vor. Definitiv müssen wir schauen, wo überhaupt Sachen sind auf der Karte. Damit wir da hin schwimmen können zur Not und dann wissen wir, okay, da ist eine Hülle oder da ist was ihre Bauern auch immer. Da sind wir aber das letzte mal waren, nur das mal nicht ganz reinmachen. Ja, müssen wir aber. Aber ich denke mal nicht, dass unsere Sachen noch sind. Nein, nur am Anfang, wo das auf dem Boden lag. Ja, aber die spawnen doch nicht so schnell neu, glaube ich, oder? Ich weiß das nicht. Ne, ich auch nicht. Ich weiß, ob das so Ressourcen gibt, die neu spawnen. Keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Ja doch, die kommen wieder. Es dauert ein bisschen, aber wie schnell, weiß ich nicht. Also ich habe das in der Rate ein bisschen erhöht bei uns, aber ob das nun... Wie schnell? Keine Ahnung. Guck mal, kann ja gucken gehen, so ist es nicht. Aber da unten sollen auf jeden Fall noch die Zitter alle wahrscheinlich sein. Ich muss überlegen. Überlegungen machen wir vorher noch ein bisschen Monster platt, damit die noch ein bisschen stärker werden, weil die echt noch schwach sind auf den Rippen. Ja, ein paar Level kriegen. Ein paar Level kriegen. Ein paar Level kriegen, dann können sie vielleicht auf über 1000 Lebenspunkte alle kommen. Nebenbei vielleicht noch einen, vielleicht sogar noch vor, dann wenn wir einen unterwegs finden, vielleicht nochmal hier, ne? Was weiß ich, wie heißt das denn? Zu versklaven? Zu versklaven? Wie heißt das denn? Äh, Zähmen. Zähmen. Zähmen, dankeschön, ja. Versklaven. Versklaven. Die kam nicht anders drauf. Da müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Naja. Willst du mal Tschüssi Koski sagen? Ja, Tschüssi. Ja, ich sag auch schon mal Tschüssi. Das war's denn heute. Ihr wisst ihr, das wird ja mal wieder aufgeteilt, ne? Ihr wisst ihr, wir machen immer ein Stück ein paar Folgen. Ähm, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wir, uns hat's Spaß gemacht. Bis auf, dass wir Uta in den Weiten des Meeres verloren haben. Aber gut, das passiert halt eben. Man lernt aus seinen Fehlern. Ich schätze wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Das passiert einfach. Aber das war echt gut, wo es hieß, ja Falko hat ein Level Up. Ja, da muss ja Falko in der Nähe sein. Wenn man drauf reitet, ist Falko in der Nähe. Ist doch gut auf jeden Fall. Wir schauen, wenn wir nächste Woche nochmal, oder beim nächsten Mal halt eben, nochmal einen vierten kriegen, nehmen wir halt nochmal einen vierten dazu. Ansonsten bleiben wir erstmal bei den dreien. Es ist schon mal ein mehr wie das letzte Mal. Warum jetzt die Jungs auch so schwach waren und die Mädels zu stark, weiß ich nicht. Aber vielleicht gehört das einfach so in die Hierarchie. Meistens in der Tierwelt sind sowieso die Weibchen größer als die Menschen. Komischerweise. Bei den Menschen eher nicht. Naja, gut. Ähm, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Treue, für Abos, für Likes, für Kommentare, für alles was dazugehört. Danke, danke, danke. Aua. Und ähm, ja. Jetzt hat er mich rausgebracht. Wir sehen uns in Livestreams. Hab einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.